Hallo liebe Zuschauer, die Kampagne Morgen Meister der HWK kennt jeder. Aber wie sieht es aus mit denen, die vor 50 oder 60 Jahren ihren Meisterbrief gemacht haben? Die werden jetzt auf der Altmeisterfeier der HWK geehrt. Vorab haben wir für sie zwei Meister besucht, die vor über einem halben Jahrhundert ihren Meisterbrief abgelegt haben. Und was sich dank dieser Qualifizierung für die beiden beruflich und privat verändert hat, das haben wir für sie mal herausgefunden. Eine Zeitreise ins Jahr 1957. Das Saarland wird zehntes Bundesland der jungen Bundesrepublik. Die erste elektrische Schreibmaschine wird der Öffentlichkeit präsentiert und mit der Einführung der Wehrpflicht rücken die ersten Soldaten in den Kasernen ein. Borussia Dortmund wird deutscher Fußballmeister und in geschlossenen Ortschaften gilt ab sofort eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Einige Unternehmen führen die 45-Stunden-Woche ein. Darüber, wie auch die gesetzliche Gleichstellung von Mann und Frau, können Karl-Heinz nähren und Ehefrau Gerti schmunzeln. Ab sofort wird mehr als 45 Stunden die Woche gearbeitet und das gleichberechtigt für Frau und Herrn nähren. Meine Frau und ich, wir wollten wirklich was machen. Wir haben dann gesagt, ist egal, wir machen uns selbstständig. Das haben wir schon ziemlich früh gemacht und gesagt, ja, dann ist man auch dabei geblieben. Wenn Karl-Heinz nähren von wir spricht, meint er sich und Ehefrau Gerti und ist noch heute voll des Lobes für seine Geschäftspartnerin. Ich habe draußen die Baustellen gemacht und die Arbeit gemacht, morgens um sieben Uhr raus, abends um sieben Uhr zurück, wie das in der Zeit üblich war. Und sie hat das Büro gemacht von Anfang an, wirklich von Anfang an. Das war eine große Erleichterung. Doch damit alles in der Startphase zum Laufen kommt, ist man bereit, in Zell an der Mosel Opfer zu bringen. Man trennt sich von liebgewonnenen Dingen zum Wohle des Betriebes. Man hat die Horex gehabt und das Schlagzeug, muss ich auch dabei sagen, wurde das Schlagzeug verkauft und die Horex wurde verkauft. Dafür haben wir dann einen ganz uralten VW gekauft. Da wurden die Sitze rausgeholt, hinten rausgeholt, vorne der Nebensitz rausgeholt. Das war dann zum Transportieren für das Material. Das Ehepaar baut den Betrieb, seinen Kundenstamm aus, bildet insgesamt fast 70 Lehrlinge aus. Und auch privat ist man auf Expansionskurs. Vier Kinder werden großgezogen. Sohn Joachim führt heute den Betrieb, in dem Mutter Gerti noch immer die Bücher führt und zufrieden auf ein ereignisreiches Arbeitsleben zurückschaut. Wir wussten, wofür wir es gemacht haben. Es war für uns, für unsere Kinder. Und wir hatten die Kriegsjahre mitgemacht. Wir hatten nichts. Und dann auf einmal ging es bergauf und es war einfach schön. Als diese Bilder entstanden, wusste Alice Reinhardt aus Tiefenstein bereits, was sie einmal werden möchte. Schneiderin. Zielstrebig arbeitet die junge Dame an dieser Karriere, die nach der Lehre und Gesellenzeit am 29. November 1947 mit dem Meisterbrief ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Erinnerungen an die Zeit vor 60 Jahren und die Umstände zwei Jahre nach Kriegsende, in denen Geld noch einen anderen Stellenwert hatte. Ich habe, als ich anfing, musste ich das erste halbe Jahr noch die Hälfte von der Krankenkasse bringen. Und dann gab es die Woche 50 Pfennig. Und dann gab es im zweiten Jahr eine Mark die Woche. Um Geld und schwer zu besorgendes Material geht es auch bei der Anfertigung der Meisterstücke. Den Stoff schenkt ihr der Vater. Mit viel Geschick und Improvisationstalent legt die 24-Jährige eine Meisterprüfung der Extraklasse hin. Ein Gleit musste man machen, eine halbe Kostümjacke, ein Mustertuch, das habe ich auch noch, mit sehr schlechtem Stoff, was sich sehr schlecht verarbeitet hat. Und ein Gürtel dazu und eine Futter-Talje. Ich muss sagen, ich war die Jüngste und hat am besten abgeschnitten. Das war dann auch, für mich war es, ich war stolz dann. Anschließend gab es folgerichtig gute Angebote für die Schneidermeisterin. Doch die macht sich selbstständig, heiratet und schafft die Verbindung aus Muttersein, Hausrau und Unternehmerin. Nachmittags habe ich genäht und wenn die Kinder im Bett waren, habe ich die Kunden zur Anprobe bestellt in die Küche. Und es war halt schwierig damals. Und dann habe ich nachher, genäht habe ich immer. Also für mich war es, wenn ich abends ins Bett ging und waren wir nicht an der Nähmaschine, da war ich unzufrieden. Auf der Zeitreise durch sechs Jahrzehnte Berufsleben haben Alice Reinhardt und Ehemann Erich noch einmal in den alten Unterlagen gestöbert und Erstaunliches gefunden. So die Rechnung für die erste Nähmaschine, mit der die junge Meisterin in ihre Selbstständigkeit startete. 602 Mark kostete das gute Stück, damals ein Jahresgehalt. Doch immerhin, die solide Technik läuft noch immer. Gut investiertes Geld. Wie sich auch die Mühe, die Arbeit für den Meisterbrief gelohnt haben. Es ist ein wichtiges Stück in der Biografie der 140 Altmeister, die zur Feier der Handwerkskammer Koblenz erwartet werden. Sie haben also gesehen, welche Möglichkeiten sich dank eines Meisterbriefes eröffnen. Und natürlich haben die Meister von gestern auch fleißig ausgebildet und dafür gesorgt, dass viele weitere Meisterbriefe abgelegt wurden. Am Samstag im Wochenrückblick sehen Sie dann die Impressionen der Altmeisterfeier der HWK. Machen Sie es gut, bis dahin Ihre Katharina Buchs.